Eine heikle Angelegenheit, aber wir haben es bekommen. Nice! Au! Alter... Hab ich jetzt gar nicht mitgedacht. Das ist so ein Mist. Geil! Läuft! Läuft bei mir! Absolut! Einfach nur in Szenen war das. Ach komm, haut doch ab, ihr Stein! Ich glaube, ich sammle immer ein bisschen. Aber, zur Info, ich werde natürlich auch noch die anderen gewünschten Games für euch machen. Die kommen jetzt nach für nach. Ja, zumindest hab ich das geplant. Ja, geplant und von sowas getrocknet zu werden. Absolut. Null. So, jetzt machen wir es aber besser. Und schieß nochmal. Alter, nee, komm, bitte. Und nochmal süpple Long Party. Philosophie. Das ist so viel. Sehr schön. Alter, ich kann doch einfach nur brechen. Ja, ja, geht's euch gut. Nee, einfach nur... Das ist einfach nur erbärmlich. Ach, komm. Das hat mich auch nicht vorher so berührt. Das war wirklich ein bisschen zu, gerade zu lächerlich. Ja, sicherlich. Was auch immer. Ja. Oh, nein, ey, ich kann doch... Komm, ich kann einfach nur Taschentuch nehmen und heulen. Ja. Ach, komm, Frau, was soll ich denn das von dir? Was machst du denn mit mir? Das ist... Warum? Was denn das für ein... Betrug ist das denn, ey? Egal. Egal. Es bringt mich da hin. Also sehen, wo es hingeht. Ach, Gott, ey. Vom Peinlicher geht's aber, komm. Ich hatte mir auch da an so'n Spiel noch überlegt, was ich auch gerne mal zeigen möchte. Und das war... Ich glaube, es ist System Shock. Das neue. Obwohl ich das Remastered gesehen habe. Und da wollte ich vielleicht doch mal auch was zeigen. Lauf! Ah! Ich wollte da irgend so'n Leben haben. Ja, 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 was lernt man daraus? Hm? Man baut keine Fehler so'n wie diese. Help! Ach, komm, Alter, du kannst auch mal bitte was, was ich will. Das ist so nervig. Ich wollte das. Ach, du musst dann mitgegenreimal die Leiter lernen. Ich meine Feuerwehr Platform anstrahday, wir werdet erst einmal komplett niederperren. Was ist das so'n sinnliche? Ah, ich gehe weiter. Ich will dich absichten. Ich muss stare Bubbleg scale auf, oはzeauern jogo. Aber wir brauchen sie das manchmal länger. Und dann bist du psychiatrist und ich, glaube ich pencil zuятаpe servieren. Not und woher zu Hause auch. quer?! Aber sie müssen noch Gophen! Los, komm! Hä? Wie komm ich denn hier weiter? Versteh ich noch nicht so ganz, aber... Nee! Hä? Ach, hier! Gott, sag mal, warum sehe ich nicht mich? Hä? Okay. Aber die Level sind recht linear und sehr kurz gehalten. Finde ich zum Teil. Bäh! Woher soll ich wissen, dass mich DAS tötet? Okay, dann... Müssen wir irgendwie gucken, wie wir jetzt daran vorbeikommen. Bäh! Alles klar! Hopp! Und... Flop! Ach du Kacke! Das finde ich schon irgendwo ein bisschen zu heftig. Rutschen! Hm! Hm! Äh... Okay. Ach, wo ich gerade die Spinner sehe! Da fällt mir so ein Spiel ein, das kenne ich auch für die Playstation 1. Das nennt sich... Spider the Video Game. Will ich auch noch zeigen, irgendwann. War ich sogar auch noch da. Und die springt nicht! Verdammt! Ach man! Und die springt nicht! Verdammt! Was? 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 Wie kann ich denn... Ach so macht man das! Okay. Kein Problem, jetzt weiß ich's ja. Was? Wie? 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 Oh, oh, oh! Noch mal deine Blaswecken? Hey, genau so'n Scheiß! Das ist ne Kackstelle! Gebe ich zu! Na, was soll ich da auch wirklich mal machen? Heh! Das ist aber echt ein Scherz, wieviel Level wir schon so kurze Zeit geschafft haben! Und das soll schwer sein? Ach man! Ja! Ganz genau so war das nicht geplant! Ja! Du machst auch nur das, was du willst! Das ist doch ne Kackstelle! Komm! Warum führt die nicht ihren Doppelsprung aus? Was? Was ist denn für'n Kack? Ja! Das meine ich! Ey! Warum? 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 Wofür geb ich mir diese Mühe, ey? Für nichts! Ja! Was soll sowas! Frisch so! Twine Hour! Bitte! Ganz ehrlich! Eure ehrliche Meinung mal in die Kommentare! Mann ey! Was ist denn das für'n Kack! Na endlich! Diese Treffer waren einfach so ungewollt von mir! Fick dich! Wiii! Ich maue und ich mag Geräusche! Friedermoos Geräusche! Hihi! Nein! Mann ey! Das ist auch mal springen! Wäre echt so froh, als ob die auf'n Kuhstall geboren ist, ja! Mann, Mann, Mann! Ich krieg' das nicht gereilt! Doch nicht so schnell gescheilt! Was ist denn das für'n Kuhstall? Was? Komm her! Ich spring noch auf dat Spitzedink, ey! Das ist ja so! Das ist einfach nur gemein! Ja! Was soll ich da wirklich mal machen? Was soll ich da mal machen?! Oma und Ludmille! Na, Mann! ... springt doch noch in die Olle! Ich geh doch einfach nur! Fies! Das ist wirklich fies! Wer kommt denn auf wirklich solche Ideen? Und wieder Rutschpartie! Okay! Was? Mal sehen, ob ich hier... ... nochmal hier... Ah, man kann auch hier hin! Das bringt mir nichts! Nee, hier muss ich nicht hin! Komm her, du Kackspitzen, Pipi! Komm her! Nee! Gar nicht schlecht! Hepp! Ich komm da nicht mehr raus, oder was? Boah, nein! Oh, ist ja nur Spinn, das! MAUF! Ach du Scheiße! Ja, das war auch wirklich mein Ton! Jopp! Jopp! Hepp! Genau! WIE! WIE! Das Geräusch ist irgendwie... Ich finde das Geräusch voll süß! Die springt da rein, ey, es wär nichts, ey. Da spring ich einfach so feuchtfröhlich in meinen Tod. Nein. Hör mir. Tschüss, Spinne. Was ist das jetzt mal zu diesem Level? Zu diesem Merkwürdigen? Göttchenlang. Dieses Level ist so merkwürdig. Finde ich. Ja, absolut.